Einen sprichwörtlich coolen Entertainer bestellen Sie sich mit dieser Kühltasche von Pearl. Sie ist mit einem integrierten UKW-Radio und Aktiv-Lautsprechern ausgestattet. Das sorgt gleichermaßen für erfrischende Getränke und gute Laune. In der handlichen Tasche verstauen Sie bis zu sechs Getränkedosen. In den seitlichen Netzbeuteln finden außerdem Sonnencreme, Sonnenbrille oder Ihre Urlaubslektüre Platz. Ein Sonnenbad begleitet von Ihrem Lieblingsradiosender. Was könnte es entspannteres im Sommer geben? Das in der Kühltasche integrierte Radio macht's möglich. Dank der übersichtlichen Bedienelemente ist das Handling des Radios absolut kinderleicht. Wenn Sie das neueste Album Ihres Lieblingskünstlers komplett hören möchten, schließen Sie Ihren Player einfach per Klinkelkabel an. Ob beim Picknick, einer Wanderung, am Strand oder im Freibad, die eingebauten Aktiv-Lautsprecher sorgen überall für einen satten Sound. Und falls sich der Strandnachbar über die Lautstärke beschwert, schließen Sie mit einem Handgriff ein Kopfhörerpaar an. Kühle Getränke und heißer Sound. Mit dieser musikalischen Kühltasche wird der Sommer garantiert ein absoluter Hit. Greifen Sie jetzt zu. Oh. Es ist ganz schön.